Jo, der Putzmann hier. Ich habe mir jetzt schon vor kurzem ein Video angeguckt und ich hoffe, dass ich die Botschaft ein bisschen verbreiten kann, auch wenn ich nicht so bekannt hier auf YouTube bin. Ich werde den Kanal von dem jungen Mann auch unten in die Videobeschreibung reinhauen. Es ist eigentlich ein wirklich toller YouTuber. Er macht total witzige Sachen. Also Männer und Frauen, da gibt es so viele Parts. Ich glaube zehn, zwölf, ich glaube sogar noch mehr. Ich habe mir alle angeguckt. Es ist immer wieder witzig. Typisch Frau, typisch Mann. Also ich liebe es. Das ist eins meiner Lieblingsvideos. Die schärfste Frau. Wer ist es? Merkel. Geil. Also es ist so gut gemacht und der junge Mann hat Krebs und ich kann ihn, wie gesagt, wirklich gut leiden. Also zumindest bei YouTube. Ich kenne ihn persönlich jetzt nicht, aber ich denke, das ist ein wirklich cooler Kerl. Ein richtig cooler Charakter. Und ich habe jetzt selber unheimlich viele Menschen an Krebs verloren. Ich möchte das nicht, dass ich, ich wünsche es nicht diesem Jungen. Ich möchte, dass sie, dass er und seine Freundin, Tammy, da weitermachen können. Also ich drücke da voll die Daumen, weil das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich finde es auch ganz toll, dass er das alles ans Kinderkrebs spendet. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Das ist super. Ich finde das großartig, was er da macht. Das ist wirklich, also was die, was Krebs betrifft allgemein. Das ist ein hartes Thema. Das ist ein Thema weltweit. Das ist ein sehr hartes Thema. Und egal wie oft man davon hört, egal wie oft man es liest, egal wie oft man es traurigerweise auch selber im Umkreis erlebt. Es ist ein Thema, was nie leicht ist. Es ist immer schwer. Es ist immer hart. Und ja, es ist, wie gesagt, ich kenne das auch selber von meinem Umkreis. Und ich möchte, dass ich möchte da wirklich, dass man da wirklich mal wirklich noch mehr macht, als das. Ich meine, es gibt so viele Sachen, wo man daran arbeitet. Und Krebs ist natürlich auch eine ganz große Sache, woran man gearbeitet wird. Und ja, ich könnte mir kaum vorstellen, typisch Mann, typisch Frau irgendwann nicht mehr zu sehen, weil ich liebe typisch Mann, typisch Frau. Das ist total klasse. Die Zeichnungen sind total cool von ihm. Das ist super. Die Story ist ja da reinhaut. Regelrechte Geschichten. Wenn man alles hintereinander guckt, hängt man irgendwann fast über einen halben Tag nur daran rum, um alles zu gucken. Also er macht das großartig. Und ich drücke ganz fest die Daumen. Und ich werde auch den Link seines YouTube-Kanals unten in die Videobeschreibung hauen. Und auch vor allem das Video von ihm zusätzlich noch. Also beides gleichzeitig. Und ich werde auch dieses Video hier schnellstmöglich hochzuladen. Ich weiß, das ist bei mir immer so eine Sache. Aber das hier ist für mich selber sehr, sehr wichtig. Und ja, also es ist total super. Also wie gesagt, ich liebe diesen Burschen. Und er gibt ja noch viele andere Sachen. Mit dem Fitnessstudio und was wir jetzt sehen hier. Es ist total geil. Also es ist eine Sache. Also ich denke, wir sollten ihn noch mehr unterstützen, als er ohnehin schon bekommt. Also je mehr, desto besser. Und allgemein alle, die Krebs haben, alle die Leute kennen, die Krebs haben. Also es ist eine harte Zeit. Es ist eine extrem schwere Zeit. Und man versucht immer für die Leute selber, die man kennt, dann immer stark zu sein, um zu zeigen, hey, ja, das klappt schon irgendwie. Und wenn es dann nicht klappt, ist das wirklich schwer. Und wie gesagt, ich kann das auch. Und ich denke mir, ich versuche mir die ganze Zeit, die Videos halt durch den Kopf gehen zu lassen. Weil es ist wirklich witzig. Aber das Krebs ist nicht witzig. Und das ist das halt. Seine Videos, ganz toll. Großartig. Ein Riesenfan. Alles, also ich hoffe, dass das alles gut ausgeht. Das, weil er ist noch so jung. Und das ist immer, wenn viele immer hingehen, hey, warum ist er noch so jung? Ja, nur weil mein Junge ist, schützt das nicht vor Krebs. Und das ist das immer. Wie gesagt, es gibt ja Kinder, die haben Krebs. Es gibt Jugendliche, die haben Krebs. Viele denken immer so, ja, wenn du alt bist, dann ist das egal. Aber auch, du willst ja auch, keine Ahnung, deine Eltern nicht daran sehen, wie sie an Krebs erkranken. Vielleicht sogar sterben. Das wäre ganz hart. Und ich sage nur, toi, toi, toi. Und dass die Videos immer weitergehen. Und wie gesagt, ich bin hier jetzt nicht der größte YouTuber auf YouTube, deswegen. Ich bin ja eigentlich im Grunde genommen total unbekannt mit meinen über 100 Abonnenten. Ich habe hier ja gar nichts zu sagen oder zu melden. Aber was das betrifft, das trifft mich immer sehr selbst, sehr tief, da ich schon genug Erfahrungen leider damit ertragen musste. Das ist nie einfach. Es ist nie schön. Und die Menschen, die man dann aber drumherum hat, die es einem versuchen zu erleichtern, das ist immer das Beste, was man haben kann. Ja, es ging das Video schon etwas länger als geplant. Aber ich denke, das ist einfach ein Thema, wo man immer sagt, hier, es sollte eigentlich nie enden. Man sollte wirklich noch, ich weiß, wie viel dafür gemacht wird. Ich habe mich da so durchgelesen. Ich drücke einfach die Daumen, wie gesagt. Ich kann die beiden Daumen zeigen, aber ich habe immer eine Hand am Handy, deswegen, um das Video aufzunehmen. Aber es ist mir eine große Freude. Ich freue mich, dass ich deine Videos sehen kann. Das ist immer wieder witzig und ich werde dir dieses Video in deine Videobeschreibung setzen. Auch, um dann dir viel Glück zu wünschen und der Hoffnung, dass du es auch siehst, auch wenn ich so unbekannt bin, auch wenn ich so unbedeutend bin in dem Fall. Ich war auf YouTube, aber immer hast du es voll drauf. Und deswegen, ohne deine Videos, das wäre nicht dasselbe. Also das muss weitergehen. Das ist einfach typisch Mann, typisch Frau, irgendwann, keine Ahnung, Folge 100. Hier außen sind das ja voll witzig. Es gibt so viele coole Unterschiede immer dazwischen. Und dennoch passen Mann und Frau doch so gut zusammen. Auch wenn es auch so Klamotten, du hast eine Hose, das ist als junger Mann eine Hose. Und du guckst, du kannst plötzlich auch deine eigene Hose weg. Und es ist zum Schießen. Also, ja, hast du eine Freude, dann hast du keine Klamotten mehr, weil die trägt meine Freude. Wer hat es nicht erlebt, wer hat es nicht erlebt. Deswegen, ich hoffe, dass dieses Video auch, wie gesagt, ich hoffe, dass dieses Video dennoch seine Botschaft erreicht und ein bisschen was auswirken kann. Toll, toll, toll. Alles gut und pass auf dich auf und ihr schafft das alles schon. Du machst.